Willkommen bei ProfiSnap.de Heute wieder ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie Und zwar das Modell 8005 Cumuli von Himmola Als dreiteiliges Trapez Sofa mit Zwischentisch und manueller Verstellung In Leder Longlife Marmor Nun, diese Garnitur ist kompakt in der Stellfläche Das heißt, sie brauchen nur 2,30 Meter Platz Das ist relativ wenig für so eine richtige Garnitur Sie ist leicht geborgen Sie haben hier 3 Sitzeinheiten Und Sie haben 2 Luxus-Komfort-Sitze Sie können hier per Gasdruckfeder den Rücken nach hinten stellen Und manuell durch Körperdruck den Sitz rausfahren Ganz einfach Einfach drücken und hier einfach ziehen Sie haben eine Sitzschale Die Sie richtig gehend aufnimmt Sie haben eine Kopfstütze Sie haben alles, was Sie brauchen Sie haben eine Top-Garnitur Auf kleinstem Raum Gut, Geschmackssache, ob sie einem gefällt Ich finde sie gar nicht hässlich Sie ist relativ schön gemacht Auch mit einer Steppung Aber der Sitzkomfort Der ist schon so einmalig Und wenn ich dann noch den Tisch runterklappe Habe ich hier eine Abstellfläche Für mein Glas Wein, das ich abends gerne trinke Oder für mein Bier Oder für meinen Saft Und ich habe das gleiche für meinen Partner und meine Partnerin Zwei Luxusplätze auf wenig Raum Für zwei Leute, die es super bequem wollen Ergonomisch, komfortabel sitzen Eine schöne Form hier unten offen Damit auch nicht blockig Die Garnitur ist nur deshalb bei uns Weil es ein sogenannter EDV-Fehler ist Was heißt das? EDV-Fehler heißt, dass in der Auftragseingabe Entweder beim Händler oder beim Hersteller Ein Zahlendreher passiert ist Oder eine Fehleingabe Das heißt, es wurde eine Variante produziert Die der Kunde so gar nicht bestellt hat Zum Beispiel eine andere Farbe Oder manuell statt elektrisch Oder andere Fußausführungen Gut, das könnte man leicht wechseln Oder eine andere Größe Das weiß ich nicht Aber auf jeden Fall wurde das Stück 1A produziert Aber nicht so, wie der Kunde es wollte Ihre Chance, Ihre Gelegenheit Neuware ohne Fehl und Tadel zu erwerben Zum super Preis Kummerli als Trapezsofa Als Winkelsofa von Himmola Ein echtes Schmuckstück Steht bei uns auch im Eingangsbereich Schnappen Sie zu Dankeschön Ihr Nutz Reinhardt Sagt Tschüss Tschüss